Ich mache jetzt schon den Double Shatter, vor allem, damit ich nichts zu den WLAN spielen kann. Ich kann ihn so killen. Und bin mal gespannt, was er darauf antwortet. Ich habe nicht so verdammt viele Optionen, wie ich die so spielen kann. Ich könnte Temple Enforcer spielen und Tastingo. Ich könnte... Ich weiß nicht, was der macht. Oh ja, das sieht nach einem Trade aber wohl eher aus. Das tut mir leid. Und bam, Sex Damage. Das ist halt eine richtig starke Kombo, wie ihr gerade schon gesehen habt, weil 2 Mana für 7 Mana, Entschuldigung, das ist schon ein krasser Trade. Und er hat noch eine 7-7 Kreatur auf dem Feld, wäre er gut. Was soll er ziehen, dass 11, 17 Damage, ne sogar mehr, 21 Damage mit Holy Nova noch. Ähm.